So, Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Das Gefühl, die Fahrzeugen sind nicht so weit gekommen. Das Gefühl, das sind zwölf Stunden. Nee, ne? Zwölf Stunden. Und... ...und... 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 ...wollte ich hier mal. Aber... ...aber... ...die gleiche... ...und... 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 ...zwölf Stunden. ...und... 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 ...zwölf Stunden am Stück. M trocken. Mich sieht nicht so gut oические waren. Den bist du bereit... Ich Male... ...und... ...hier hier allte mal die... Ja... ...kannste schon wieder aufkriegen... ...und... ...ich meine, deswegen hier Handlungsbeschefaktet... ...weiss es ja nicht. Ja... ...und... ...und dann aber mit so einer Ton täuschen... ...ein Beispiel lift. ...hört mal langsam aus... ...da hat der Körper schon... ...hört... ...und... ... flipped... ...ig... ...das ist... ...jakentrag. ...die ganzen Zeiten. Das hat überhaupt gemacht. Aber gut, dass ich das weiß. Ich komm nicht, ich werd das nicht machen. Das sind die Karten, die sag ich ja nicht mehr. Die Kabine sind nicht weit rum. Und links in der Mitte. Aber ich glaub, das ist hier nicht besser. Ja, und dann? Weißt du, wenn du gar nicht siehst? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was heißt gar nicht siehst? Ist ja mit dem Autokabinast da auch noch zur Seite. Das haben wir ja auch gesagt. Also es ist ja eigentlich ein Autokabinast. Der hat ja auch gesagt. Ja, und es ist ja eigentlich ein Autokabinast. Ja, und es ist ja eigentlich ein Autokabinast. Der kommt ja zu jeder Seite. Da kommt sie nicht nach hinten raus. Ich saß hier wie den anderen, dass es nachher gewesen ist, die auch mal kommt, dass es nicht mehr zurückkommt. Den hast du ihn natürlich nicht. Weil von dem Sturm beginnt, das hat man nicht ganz verstanden. Ansonsten hat er noch ein bisschen gewonnen und das macht sie nicht mehr. Das macht sie nicht mehr. Ich sage ja, wie die hier. Und die müssen das noch mit der Schülzeuge gehen. Das ist ja nicht mehr.